So, direkt weiter! Wollen ja nicht aufhalten, Jungs! Und... Wir brauchen... Brauchen, wo war ich stehen geblieben? Genau... Bowling Machines! Eine haben wir nur noch. Wir müssen immer was backpacken. Wir brauchen noch eine. Eine... Zwei... Eine lassen wir Satz drin. Okay... Eins... Zwei... Eins... Zwei... Ähm... Der da rein... Der da rein... Die ganzen Chests... So, die müssen jetzt untereinander getrennt werden. Die ja nichts falsch machen. Gucken, dass da jetzt nichts für was drin ist, was ich nicht brauche. Insert... Extract... 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 Und einmal... Insert... Ich muss einmal was schauen. Hier kurz, ihr seht das nicht. Ah... Da ist alles okay, okay. Kann ich das wieder zumachen, hier. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. So müssen wir die Rezepte hier reinlegen. Und zwar... Ist eher so veranlangt. Ich muss hier einfach... Ich hab keinen Strom. Ich hab keinen Strom... Ich hab keine Stromkabel... So... Da haben wir natürlich... Insert... 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 Hhm... Und natürlich... Insert... Insert... Alles klar, das ist jetzt die zweite Spur dafür und das ist jetzt der dritte Musik läuft doch. Das ist jetzt für die Erwarnsdinger. Ich will auch nicht, dass das funktioniert. Jetzt brauchen wir noch Imports. Import. Zwei Imports. Wenn das funktioniert, bin ich schon mal raus mit dem Zeug. Zack, das ist ein Gewusel hier. Das brauche ich sogar so. Wie viele sind hier schon vergeben? Vier Stück. Ach, Interfaces zählen nur als ein Gesamtes, oder? Kann sein. Ah ne, wir gehen mal hier rüber. Schau mal, ich muss jetzt mal nach Weebers suchen. Weebers haben wir nicht, also müssen wir jetzt nach Wales suchen. Oh. Ach stimmt, die haben wir gleich mal aus Dörfern gefunden. Electric Highs wurden... Ah stimmt. Jetzt will ich herstellen. Einmal das. Next craften. Dann mal das. Next craften. Müsste jetzt ankommen. Acht und Acht. Acht und Acht. Acht und Acht. Beziehungsweise es müsste ankommen... Acht und Fünf. Schauen wir jetzt mal. Was kommt an und was kommt nicht an? Fünf und... Warum kommen die Zehn hier an? Warum kommen die Zehn an? Ach, ja. Jetzt weiß ich warum die Zehn ankommen. Ne, das passt ja auch nicht. Warum kommen die Zehn nur an? Also Standard-Welt sind es ja Acht, ja. Irgendwie komisch. Warte mal. Wir machen nochmal einmal davon herstellen. Ah, komm mal her. Komm, wieviel jetzt durchkommen. Achte. So, und der braucht drei. Das wären ja fünf. Wir jetzt nach dem Umschluss, ne. 50 Euro. Ja. Warum hat er denn gerade so viele gehabt? Aber die kommen an, ne? Wow. Nice. Geil. Geil, 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 geil. Ja, dann kann man sich dann hier aufmachen in solche Wales zu bauen. Switch Wales, Sway Wales, Junction, also Kreuzungen. Ja, Tracks. Wir brauchen halt normale Tracks. Das wären die Electric Tracks für Danger High Voltage. Use with Electric. Ja, das ist für die. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel Track eingeben. Brauchen wir denn? Ne, die wurden jetzt nicht. Jetzt würde er schon gerne die nutzen. Ne, die sind es auch nicht. Da. Einfach nur die Standard Tracks. Wir machen die dann über dieses hier. Dann brauchen wir noch die hier. Die stellen wir da mit her. Die stellen wir mit den Flaschen her. Also mit dem Kerosidöl. Oder da raus. Oder da raus. Und das wäre auch wieder gut. Oh, ist das ein Aufwand. Aber wir brauchen noch einen Carpenter. 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 Ich muss erstmal das hier weg tun, weil das brauche ich jetzt nicht mehr. Carpenter. Ein Tank eventuell. Beziehungsweise. Wir nehmen mal von denen hier. Acht Stück. Wir machen noch was schönes raus. Ähm. Interface. Haben wir die Interface zum Einsatz. Dann brauchen wir. What? Die hier. Eins, zwei, drei. Wir müssen das. Äh. Ja, wir müssen das als Rezept eingeben. Hätte glaube ich von den Dingern welche, oder? Schon mal hergestellt. What? Oder beziehungsweise die haben wir mal gefunden. Ich nehme mal alle mit. Dann würde ich einfach Rezepte machen. Ich würde das alles hier vorne machen. Also alles was mit Sheen zu tun hat. Kommt da vorne hin. Tja. Das wird auf jeden Fall geil. Kann ich ja jetzt schon sagen. Also wir brauchen was jetzt. Wir brauchen jetzt What? Gut. Zwei sind die Wooden. Wooden. Tie. Da. Okay. Wir müssen drei zu eins machen. Das heißt. Eins, zwei, drei. Oh. Die drei. Zu einem. Da rein. Damit der Kappel dabei ist. Ah, okay. Das muss ich machen. Ähm. Dann brauche ich noch. Das andere ist auch, glaube ich, die Wooden. Uhui. Und den Mut kenne ich mir noch nicht aus. Da muss ich mir auch noch einen Stammer versetzen. Ähm. Genau. Dann sagt man dem dann. Mach du mir auch mal ein Rezept davon. Weil. Kein mehr gebrochen. Dann geben wir jetzt hier oben noch Track rein. Tracks. Wir können auch sogar. Ja. Das sind die für Advanced. Gibt es denn Advanced Normale Schienen? Ich glaube ja weniger, ne? Aber die gibt es, glaube ich, nur. Und das sind genau. Das sind die. Common Belts dafür. Achso. Da sind die Module. Die könnte man einschmeißen. Alles klar. Das sind halt die Boosterweights, die wir haben. Brauchen wir nicht. Da wir mit einem Steamlock fahren werden. Bestimmt. Oder mit so einer Solar. Bahn. Die dann da losfährt. Gucke ich mir alles an. Ähm. Achso. Hier muss es gut. Stimmt. Ich brauche jetzt erstmal einen von denen hier. Einen davon. Einen davon. Dankeschön. Hui. Also. Äh. Die beiden sind Rezepteinlagen für da. Da. Ist fast mit dem Holz auch schon fertig. Moment. Da noch Platz. Auch nicht mehr viel Platz. Also. Die. Und die. kommen hier rein. Oh. Ich muss ja kurz mich muten. Weil das. will ich euch nicht antun. Wenn ich niese. Platzen eure Gehöre nachher noch. Stimmt. hast du das jetzt voll. 500. Okay. Voll. Dankeschön. Individuen. Es ist ein. Es kann. Vielen Dank.